Dann gucken, was sie noch zu Hause hat. Oder sie kann die Sieben jetzt eintauschen in dieser Mitte, ja? Immerhin, wo die rossane Blume hier unten dran hängt, ne? Da haben wir hier so ein Einhorn, hier der Klonfisch, Tiger haben wir da, hier Pferde haben wir da, den, 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 hier, wie heißt das Ding noch hier möglich? Geheißen das ja mal wirklich, dann haben wir da. Hopfhörer haben wir da, da haben wir keine Stütten Häschen haben wir da, Robber haben wir da, da haben wir ein Schaf, oder wir haben hier, äh, wie heißt das Ding hier? Pferde, Pferde mit, mit Auge, Herzauge, mit und ohne Herzauge haben wir da. So, ich weiß nicht, ihr müsst ja, äh, ihr habt gewonnen. Atencion! 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 Alles klar, Kinder! So, ein Pferde braucht ihr. Ein Brandabär, ich glaube, der da unten, ne, mit den, mit den blauen Augen, ne? So, wie heißt du? Hey, hey, Marlene! So, guck dir mal eine Blume aus. Wie heißt du, Lön? Marion? Ja? Die ist so gut. So macht ja auch den Gloria, aber jetzt. Äh, den Daniel? Ja, den. Den drauf, den drauf, den drauf. Hahaha. Das ist super. Das ist super. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Das ist so gut. Das ist so gut. Ja, aber, hallo. Schönen Tag mit Jorannor. Ich leg dich mal. Ciao, ciao. So, und zwar kann man hier ein Blümchen füllen. Egal, die Wiese ist groß genug. Und da müssen wir gucken, dass wir eine Farbe füllen. Wenn wir was Rotes haben, ist eine neue Auswahl. Warten Sie zum Ende. Wir werden alles was hier oben gehört mit der Oda-Rupe. Hey, ein Sondergewinn. Und da nichts dran ist. Es ist sogar das Blümchen geboren, was man mit Blümchen reißt. Wo ist es reißen? Riecht hier mal ein bisschen Bruder. Machst das so, wie ihr möchtet? Ja. Wir gehen hier gleich hin. So, jetzt gehst du uns für die nächste Züttel. Wie heißt die Züttel? Wie heißt die Züttel? Wie heißt sie? Wie heißt die Züttel? Wie heißt die Züttel? Kommt der Züttel? Das ist die ganze Flüte. Aber ich habe das auch nicht. Ich habe den Vögel zu holen. Was ist die hier so? Ich bin hier gleich. Okay, ich habe den Lippen dabei. Tja, ich bin hier drin. Und dann oben zu lernen. Soll ich das? Wir haben hier rechts die Dinger, die wir haben geholfen. Schillt's? Tropicz? Schillt's Tropicz? Aber das hier kann man tauschen wie die Große Blühe oder ein Einhorn, eine Mario-Brauch, eine M3-Präer oder so ein Koppel. Das hier kann man aber auch, wenn Sie in die Weste die Küche sein, oder die große Blühe, die Häkse oder die Häkse, wenn Sie da einfach mal wiederkommen. Auf jeden Fall sind Sie gleich immer mit dem, noch mal dabei, die Häkse bitte. Was kann damit sein? Wenn Sie möchten. Ja, dann die Große sind nämlich auch toll. Achso, ein Einhorn, der Gefahr ist. Sondern das hier sieht wie du mit dem Beyblatt in Glebe. Guck mal, hier, da haben wir ganz tolles, Ach, nieder habe ich gerade gewonnen, lassen Sie. Schon Siehbe direkt wenn ihr geschaut? Dann würden die ja das mal nicht dran ist. So, dann machen wir mal das Einhorn. Wow-ho-ho, büdüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüs! Alles gut, besser für dieいうこと. Bis zum nächsten Mal, tschau. So, ich erklär Ihnen jetzt mal. Haben Sie das schon mal gemacht? Noch gar nichts? Niemals? Da muss ich Ihnen da weg sein. Die Süden kriegt da mal Glück, und wenn wir die Süden befinden, dann müssen wir gucken, dass wir eine Pfade sind. Aber Gott sei Dank, wenn ich nicht mal es gehabt hätte,